Was geht meine Freunde? Willkommen zu einer Weihnachtenpartfolge, FIFA 16, der Karrieremodus mit Fenerbahce Sporkalobel. Und wir machen natürlich weiter. So, eigentlich passt die Chemie in meinem Team. Eigentlich die passt perfekt. Wie sieht es eigentlich jetzt mit Demirel aus? Wolkan Demirel, ist der jetzt auch mal wieder ganz? Der ist ganz! Nice! Topus, dann tue ich Fabiano hier rein. Gegen wen? Tun wir den auswechseln. Den brauchen wir überhaupt nicht gerade, zumindest. Shen, wir haben hier... Ne, Topus. Was will ich mit denen? Wir haben hier noch Rechtsmittelfelder. So, Honda habe ich jetzt erstmal kurz rausgetan, das ist so ein Ersatzstürmer. Wen haben wir denn noch im Sturm? Fernandau werde ich auf jeden Fall verkaufen. Brauche ich nämlich gar nicht mehr, ich brauche nur einen Ersatzstürmer. So, das passt eigentlich. Oder wir könnten eigentlich... ...ganz anders spielen. Hört mal, ich habe eine bessere Idee. Wir spielen einfach 4 zu... Ne, wir spielen einfach eine andere Taktikvorlage. Hä? Kann ich die Ausstellung nicht ändern, Asse hier? Wir brauchen nämlich 4 Stürmer. Okay. Das ganz hintere ist der Sturm. Und ich will da 4 haben. Ja, so. So in etwa. Okay, gucken wir mal. Tufan kommt raus. Topal ist hier. Passt. ZM weg. Richter Flügel hierhin. Äh... Ne, Diego mit... Tufan tauschen. Tufan tauschen. So. Und dann ist Fernandau der Ersatzspieler so gesehen. Dann brauche ich Ding nicht. Schön. Es müsste eigentlich so passen, oder? Bin ich zufrieden damit? Ich weiß es nicht. So, so. Brauche ich dann auch nicht mehr. So gesehen. Dego bleibt auf jeden Fall drin. Der macht nämlich auch sein Ding immer. Ja, okay. Ich lasse es jetzt so. Die neue Taktikvorlage, die speichern wir uns hierfür. Das ist super. Das ist eine super Ausstellung eigentlich. Und... Ja, komm. Wir spielen gegen Kasch und Pasha. Let's go. Wir können uns ja keine Spieler mehr kaufen. Das ist halt schade. Ich wünschte, ich könnte mir Spieler kaufen. Aber die Transferfrist ist ja abgelaufen. Das ist nicht geil. Was wollte ich eigentlich noch kaufen? Ich wollte doch noch Klose kaufen, glaube ich. Ja, Klose wollte ich kaufen. Okay. 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 Gut gemacht. Ja, es war nur Bronze. Nicht so krass. Komm mal zum Maul. Schnauze. Und wir beginnen gegen Kasch und Pasha. La 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 la. Ja. Das war klar. Naja, es war rein. 4-2-4-System. Jetzt hier zum Ball. Geh zum Ball. Wir spielen halt ganz anders. Oh, Junge. Was bist du im Abseitsmann, du Fotze? Geh doch mal nach hinten, du Lutscher. Meine Güte, ey. Der Typ ist die ganze Zeit da hinter den Abwehrspieler. Wie seid ihr hier drauf? So, let's go. Komm. Geh. Oh, was machst du da? Ach, scheiße. Hey, haben wir elf Siege auf zwölf Spielen? Krass. Ist nicht mal so schlecht. Ah, Weihrauch, Digga. Ich seh dich schon. Ach, fuck. Das hätte was sein können, ey. Wo ist er nicht von Percy? Hier ist von Percy. So. Was soll'n' der Scheiß? Ist der Ball im Aus? Nee, von Percy hat den, glaub ich, hoff' ich mal. Wie hat er denn heute direkt den nächsten Erfolge ausgesprungen? Fenerbahce! So, let's go. Let's go. Let's go. Oh, Mann, 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 Mann. Passt zu denen hier? Och, Mann, du Lutscher! Wie passt'n' du dem Ball? Wie bist du denn drauf? So, let's go. Was machst du? Alter, da hast du, da hab' ich nochmal Glück gehabt. Du bist zauber. Äh, Kabir. Topball. Mann, was machst du? Ich glaub', es sieht nicht so gut aus, hä? Ich brauch' doch etwas mehr, äh, Mittelfeldspieler. Nein, nein. Kommt er eben nicht. So, Kabir. Sauber. Aber viel zur Fehle. Ja, pass' schnell. Mann, du Lutscher! Nenn doch den Ball ab, du Fotzer und hau' dich vom Ball ab. So ein Getriebsfehler. Betriebsfehler bist du gewesen. Richtiger. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Schieß! Sauber, Junge! Wie das es wieder angibt. Sauber, Digga. Starke Aktion von Robin von Persi. Und das Tor macht er richtig abgezockt. Okay, der auch schon. Der hat schon fünf Tore geschossen. Nicht nur so schlecht. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Oh, ho, 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 ho. Mann, das war richtig gefoult. Jetzt, Mann, du Fotze! Hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen... Weirau! Oh, man! Weirau, das war ein geiler, geiler Kopfball. Alter, wie ich schief für 10 hatte, der von Persi. Das war wahrscheinlich ein... Wann? Puh? Vampir? Sie. Ich bin so dumm. Aber okay. Oh, wir haben wieder eine Ecke. Oh, das war eine scheiß Flanke. Oder? Oh! Der hat den aber... Der hat den zuletzt berührt. Die haben ihn zuletzt berührt. Jawohl. Äh, ist da keiner unten? Ich glaub... Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenhaus. Ja, ich glaub, wir haben den. Schön. So. Schade. Ich glaub, diese Taktikvorlage ist nicht so... die beste. Da war meine Vorherrhege viel besser, glaub ich. Oh, fuck. Das sind, glaub ich, wie viel zu wenige Mittelfeldspieler. Ich glaub, ich mach's dann anders. Geht's irgendwie so, dass nur zwei Verteidiger sind oder so? Dafür vier Mittelfelder. Das sind mir vollkommen reiche. Schrenn doch mal schnell an Kabi, oder? Meine Güte, ey. Die joggen da... Als ob... Als ob davon nix abhängt. Die joggen da einfach ganz friedlich. Oh, Mann, du Lutscher! Gut so, ey. Aber sowas hätte ich nicht nochmal Bock. So, ich glaub, wir ändern die jetzt ein bisschen. Äh... 4-4-2. 4-2-4. Aha. Also ich will... 2-4-4. Geht das nicht? Warum geht denn das nicht? 5-6. 5-6. 5-6. 0- sensations. 1-2. 2-3. Ich hätte, glaube ich, das hier gehabt, da vorne. Da muss Honda raus. Da brauche ich Fanadou ja wirklich nicht. Da brauche ich mich nicht. Das müsste so passen, oder? Sie liegen vorne und bringen jetzt einen weiteren Verteidiger ins Spiel. Sieht so aus, als wären Sie mit dem Ergebnis bisher zufrieden, aber sich jetzt hinten reinstellen, das kann nach hinten losgehen. Wieso nach hinten reinstellen? Wir haben noch genauso viele, okay, nicht genauso viele, aber wir haben drei Stürme immer noch. Das ist immer noch gut. Ich finde es gut. Ne, Weihrauch, du bist im Upside, man. Checkst du es nicht, oder was? Man, was schießt du für ihn? Lutscher, Alter. Wie eine Lutsche immer. Du Lutscher. Wie so ein richtiger Lutscher bist du, ey. Meine Fresse. Schießt! Schießt! Fotze! Van Persie schießt nie wieder wie eine Muschi, Alter. Wie eine Fotze. Schießt niemals so, okay? Das kann nicht gut für dich enden. Und auch nicht für mich. Oh Gott. Mann, wie schießt denn hier? Kapier! Was soll denn der Scheiß? Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Äh, nochmal Ecke? Okay. So, dann machen wir den. Schießt doch, du Lusche! Kapier spielt auch nochmal so gut, wie er war. Oh mein Gott! Und die Chance, aber nein, er gibt Abseits. Was, das war Abseits? Okay. Mann, Weihrauch, passt doch mal ein bisschen mehr auf, du Lusche. Ich mag dich zwar, äh, Weihrauch, aber... Mach nicht so eine Scheiße, Bro. Schon wieder im Abseits, Mann. Seid ihr voll Idioten, oder was? Mann, Persi! Von dir habe ich mehr erwartet. Ganz ehrlich. Du bist ein Starspieler. Von dir erwarte ich doch etwas. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Wem wechseln die ein? Wem wollen die ein wechseln? Ah, was ist es? Oh! Nutte! So, Weihrauch Wie hab ich denn Richtig gefault Sauber Weihrauch, mach weiter so Nein Nein, ich schieße jetzt kein Tor Was für denn das Alter, das war doch aus Abseits Oh, meine Güte, ey Das ist doch nicht dein Ernst Ah, jetzt geh doch zum Ball hin, du Luschi Ein etwas langweiliges Spiel Richtig abseits, Mann, du Fotze Weihrauch, Mann Achte doch mal drauf, oder? Du Wuschelkopf Du spielst eigentlich immer gut, aber jetzt machst du nur Scheiße Mann, bist du so dumm, oder was? Nein Dein Ernst 1 zu 1 Ich hab im letzten Part immer gewonnen In den letzten Parts hab ich immer gewonnen So ein Scheiß, ey Wir haben ihn, wir haben sie nicht unterschätzt Nur der Weihrauch, der Spasti Das müsste sein Super gemacht vom Torwart Endlich, ey Gut, wir können eigentlich Wir können uns nicht drauf verlassen Tufan, Digga Oh, ich liebe dich, Mann Junge, ich hab Gut, dass ich Tufan eingewechselt hab Wie möglich ist es Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen Weihrauch spielt nicht mehr so geil wie früher Man Eigentlich wollten sie vor allem sicher stehen Aber dann das Gegentor Jetzt wird's deutlich offensiver So Weihrauch, Digga Mann, schräg, treib doch mal, du Nutte Naja Ihr habt eure Euer Ziel, äh Ihr habt eure Zeit verschwendet Und auf Selber schuld, wenn man die Zeit verzögern möchte, ne Selber schuld Ich hab nämlich gewonnen Ihr Luschen So, hier hat gar keiner gut gespielt Was? Weihrauch hat 8-0 Wie das denn? Der war doch schlecht Naja, komm So, auf jeden Fall haben die jetzt noch die Zeit gezögert Ein wenig, ne Nicht so gut Haben die nicht so gut gemacht Ist ja natürlich Sind die selber schuld dran, ganz ehrlich Wisst ihr? Sind die selber schuld Ich meine, ich gewinne 2-1 Und die zögern noch ihre Zeit So, 62 Punkte Das heißt, die müssen wirklich 7 Spiele gewinnen Damit die mich überholen So, aktuell ist das Italien Ich hab doch eh Ich kann doch eh keine Transfers mehr kaufen So, gucken wir mal Klose will ich haben Aber der wird lang nicht mehr mitmachen Der wird schon bald in Rente gehen Wahrscheinlich Okay Das ist doch alles Ich kann mich damit nicht beklagen So, Konya Spore Wir spielen auswärts Die spielen Heim Ist ein bisschen problematisch jetzt Die zu erkennen Aber wir kriegen das schon hin So Let's go Kriegen wir locker Lockerflockig hin Meine Damen und Herren Das wird kein Das wird ein Kinderspiel Let's go Was, ein Flair-Schuss? Höh Flair Wicke mehr Ah Ist das cool Oh mein Gott Alter Geiles Tor Noch mal Komm Oh Schönes Tor Noch mal Komm Oh Let's go Fuck Komm, komm Gib mir den Ball her Noch mal Noch mal Scheiße Das war knapp Fuck Wir spielen einfach jetzt weiter Gegen Konya Spore Let's go Das juckt mich das Training Training Oh mein Gott Ist das schwer Oh mein Gott Sie zu unterscheiden Ist das schwer Gerade So Let's go Da ist unten jemand Viel zu weit Du Spass Let's go Let's go Ach das ist auch jemand Von meinem Team Glaube ich zumindest Oh mein Gott Mann Hey Wer ist das von mir Spieler im Fokus Nice Das war dumm Was machst du auch für eine Scheiße Und wieso dann in Wieso dann in die Ecke Sodass die Ecke haben Warum Weihrauch Digga Kriegst du schon hin Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance Schuss Sauber Schönes Tor Mann Digga Endlich hast du auch mal wieder ein Tor geschossen Von dir hab ich das auch erwartet mal wieder 20 Tore Digga Alter Krasser Spieler Der ist richtig krasser Typ Der ist auf jeden Fall torhungerig Wir haben das erste Tor Und das merkt man wieder in dieser Folge Wahrscheinlich wieder Der hat Hunger auf Tore hier Heißhunger Schmecken doch auch lecker Er kommt doch Ja Pech gehabt So let's go Was Ja Du Hater Habe ich den Ball noch berührt Ich hab den Ball wahrscheinlich noch gestriffen oder so Schnell klären Schnell klären das Ganze Jetzt macht's doch einfach Junge Junge Die haben auch keine schlechten Chancen Das muss man einfach so zugeben So kapier Sehr gut gemacht vom Torhüter Fuck Kapier Digga Ich hab von dir auch ein bisschen dabei erwartet Aber ist auch egal Wir führen immer noch Auch wenn es nur 1-0 ist Es ist gerade ein bisschen knapp Das wird gefährlich Und er schießt Da stellt er sich in die Schussbahn Und blockt den Schuss ab Super Von Persi Oh man Traurig Er ist traurig Und nicht traurig So komm Let's go Let's go Wo seid ihr? Oh Diego Diego Mann Digga Topal Du Lutsche Du bist top Was heißt Auf türkisch Nämlich schwul Gaylord Alter Und jetzt ist der Ball erstmal raus Naja Haben wir den Ball? Sehr gut Schieß Digga Mann schieß doch mal gescheit Du Lusche Aber der Die haben den Ball abgeblockt Das ist nicht so schön Sauber Konda Anaconda Abseits Mann du Lusche Das war knapp Aber richtig entschieden In meinen Augen Sie ist Manolo Sissoko Jetzt hat er den Ball wieder Weirauch Kannst du dich einfach mal Ganz normal verhalten Wie ein normaler Typ Und nicht immer in Abseits gehen Klasse aufgepasst Das müsste sein Keeper war dran Er faustet den Ball weg Schieß Schieß doch nochmal Wir haben den Ball aber immer noch Mann Lusche Schöne Flanke Das ist erst Halbzeit Man Wir haben Wir führen doch nur 1 zu 0 Das ist nicht gut Werden konnte Finde den Mitspieler Und nun ein Schuss Der geht daneben Aber Kein schlechter Versuch Und das aus der Distanz Aber die Kanner Das hat er schon oft gezeigt Van Persie Und zur Pause Haben beide Teams noch Alle Chancen Es steht 1 zu 0 Schade Schade Okay Wieso spiele ich auch Mit 4 Stürmern Ach komm lass es einfach Lass es einfach Lass es einfach so Das passt schon Ich dachte jetzt eigentlich Dass es jetzt Bei mir jetzt Standard wäre Weil ich das umgeändert hab Aber das ist ja nicht Standard dann Macht aber auch eigentlich Sinn Sauber Alter Oh du bist King Alter Du bist King Er trifft zum 2. Mal In dieser Partie Der rastet einfach richtig aus Bam Alter Sauber Schaut doch gut aus Es steht 2 zu 0 Bisher spielen sie hier Ohne große Probleme Oh jawoll Diego Digga Ah Abseits Oder es war kein Abseits Krass Kabir Mann Oder hab ich ein bisschen mehr erwartet Schütz Sauber du Mann So Der ist noch nicht im Abseits Ah wieso mach ich überhaupt Einen Stallpass zu denen Passt schnell Okay Geweihrauch Mann War das jetzt kein Foul Das war ein Foul Ne Selina War ein Foul Leck mich Foul Hallo das war ein Foul Mann du Lusche Es war ein Foul Foul Solche Lusches Solche Litschies So komm Mann Ich hätte Spieler gar nicht gesehen Ich dachte das wäre mein Team Ich sehe hier keinen Spieler ey Mann jetzt leckt mich doch mal Du Diego ey Mach doch mal was gescheites hier Aber gut ich sehe Die sehen wahrscheinlich auch nichts Die Spieler Hä So wie ich Der Torwart hat gar nichts gemacht Abwehrspieler hat was gemacht Oh meine Güte ey Kann der den Ball nicht wegnehmen Vielleicht gibt es eine Auswechslung Bei der Einmannschaft Ähm Geh Den muss er zum Torwart zurückspielen Sauber Und damit sind sie am Ball Schieß Top Ball Was War das von Percy jetzt Der geschossen hat Weiß Gott gar nicht Paraden Oh Junge Ich konnte ja Sport Viele Paraden ey Aber die haben ja auch gar Die machen auch kaum Schüsse ne Die kommen ja gar nicht durch So richtig Der Ball hält er fest Gute Aktion Etwas konzentrieren Etwas konzentrieren Brau Dann nehme ich Ja 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 Habe ich gewusst Und bin deswegen dazwischen gegangen Okay habe ich nicht gewusst Aber Warum nicht So Hier ist unten ein Spieler Jawohl Komm 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 Geh noch Geh nach vorne Diggi Sauber Honda Alter das war es doch Bisschen härter Mit dem Kopf Boom Machen Naja Im stärkeren Kopfball Nächstes Mal Erwarte ich von dir Weihrauch So Äh Sauber So eisekalt vor dem Tor Da schnürt er den Dreierpack Junge Alter Was war denn das Ich dachte schon Der Ball geht irgendwie weg Weil ich gepasst habe Aber Weihrauch ist ja rangegangen Sauber Digger Ne 22 Tore schon Wir haben doch gar nicht mal So viele Spiele gehabt Oder Ich weiß nicht wie viele Spiele wir hatten Wie viele Spiele hatten wir eigentlich schon In der Liga zumindest Weiß ich gar nicht 20 und die Ungefähr Ja mindestens 20 Weil wir haben 60 Punkte oder so Das heißt wenn wir nur gewonnen hätten Hätten wir Bei 20 Spielen schon 60 Punkte gehabt Dann bekommt er 3 Punkte pro Gewonnenes Match So Flank nochmal So Chiar Wenn du den jetzt nicht Losche Aber wir haben trotzdem gewonnen Aber wir haben trotzdem gewonnen Aber ich würde die Position Aber ich würde die Position so nicht lassen Wie gesagt das war eine scheiß Taktik Eine scheiß Aufstellung ist das Das ist echt eine scheiß Aufstellung Will ich nicht haben So wie ich es davor hatte Ich war nicht damit zufrieden Spieler des Monats bekannt gegeben Fenerbahce Mann Diego zum Spieler des Monats Sondern warum Warum ist es nicht Weihrauch Der hat auch richtig geil gespielt So wir gucken mal Wir hatten 24 Spiele Nicht schlecht Ja So hatten wir es ja Da muss ich hier etwas umstellen Honda weg Dafür Nee Meirelles weg Dafür Innenverteidiger Alves Komm Kapiere Du musst einfach mal Kurz raus Dann dauern wir auch noch hier Okay Ich will jetzt erstmal mein Honda da rein tun Honda Ich gebe dir eine Chance einfach Kapiere Du hast auch ziemlich gute Arbeit gemacht Du bist halt einfach Ersatz für Oder halt einfach nur Zwischendurch wirst du halt gewechselt Du bist so für mich Auch einer der besten auf jeden Fall So Pressekonferenz Gucken wir mal So können wir eigentlich wieder Spieler kaufen Können wir nicht Eiskalt können wir nicht Gülüm Beschickter schleidet Wer ist Gülüm? Welcher Gollum? Gülüm hat sich verletzt Und fällt ungefähr 6 Wochen aus Okay mir doch egal So Boerserspor Am 6. März Okay Galataserei hat 25 Spiele schon Die haben also gespielt Und haben 47 Punkte Ah die haben gewonnen Glaube ich Ne Ne Die haben verloren Oder Ne ich glaube Die haben gewonnen So Ich würde auf jeden Fall sagen Das war's mit diesem Part von FIFA 16 meine Freunde Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part hier wieder meine Freunde Meine Freunde Und ich sag immer wieder meine Freunde Weil es meine Freunde ist Weil ihr meine Freunde seid Und ich liebe euch Ne Warte mal Was ist eigentlich in der Pressekonferenz passiert Äh Die Medienvertreter haben sich im Presseraum versammelt Bitte lassen sie mich wissen Ob sie an der teilnehmen möchten Okay Naja Weintrain So Wir sind Ah Hier ist jetzt so mein Kalender Wir spielen jetzt erstmal gegen Bursersport Danach gegen Besiktas Dann erstmal gegen Trabson Dann hier Australien Aha Alles klar Achso Transferfenster Ah Hier kann ich Gar nichts Ich kann kein Transfer mehr machen Erst ab Juli Nee Noch nicht Oh Wann ist eigentlich eine Saison zu Ende Das weiß ich jetzt nicht Naja gut Ich würde auf jeden Fall jetzt erstmal sagen Das war's erstmal für diesen Part Wir sehen uns echt im nächsten Part Hier wieder meine Freunde Haut rein Ciao bis zum nächsten Part Minister 2000 Mahl Wie für病 65 65 65 64 67 65 66 Vielen Dank.